Wir sind Ihr kompetenter Industrie- und Handelspartner im Bereich passiver Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur. Seit bereits über 40 Jahren und mit viel Erfahrung am österreichischen Markt streben wir nach vertrauensvollen und langfristigen Geschäftsbeziehungen. Mit unserem breit aufgestellten Produktportfolio wird die klassische Kupfer-Weitverkehrstechnik von der Telefonzentrale über Verbindungs- und Abzweigmuffen bis hin zum Gebäudeanschluss bzw. Kundenanschluss abgedeckt. Gegenwärtig steht bei vielen Netzbetreibern der Ausbau der Glasfasernetze im Vordergrund. Dank unserer hervorragend ausgebildeten und top motivierten Mitarbeiter und der gut durchdachten Logistik unterstützen wir unsere Kunden vom internationalen Glasfaser-Backbone-Netz bis hin zu Fiber to the Home mit der Glasfaserverlegung ins Eigenheim. Zukünftig wird die Netzwerküberwachung und Dokumentation in Echtzeit im gesamten Netz, aber im Speziellen in den Rechenzentren mehr und mehr als Herausforderung wahrgenommen. Auch hier sind wir am Puls der Zeit. Aufgrund der hohen Nachfrage bieten wir im Bereich der Glasfaser- und Kupferkabeltechnik verschiedene Trainingsprogramme an. Eine intensive Wissensvermittlung im Umgang mit den passiven Netzwerkelementen steht dabei im Vordergrund. Der optimale Einsatz innovativer Produkte und die Anwendung des Know-hows aus vielen abgewickelten Projekten gibt den Schulungsteilnehmern eine umfangreiche Aus- und Weiterbildung in der LWL- und CU-Technik inklusive Zertifikat- und Teilnahmebestätigung.